IT'S THE FINAL COUNTDOWN! Bist du schon im Level drin oder nicht? Nee, noch nicht, aber wir gehen jetzt rein in 3, 2, 1 los. Leute, man muss dazu sagen, mein Controller ist gefickt, weil ich habe gerade eine Runde FIFA gespielt, da bin ich ausgerastet und mit dem gefickten Controller muss ich jetzt zocken, aber ach, das geht schon. Ja, wie gesagt, wir haben das ja alles am Stück aufgenommen, bis auf diesen Part hier, den nehmen wir gerade nicht. Ja, ja, wir haben alles am Stück aufgenommen, wir sind echt durch. Ach, der Controller geht schon, die linke Seite zum Halten ist halt ein bisschen eingedrückt, aber das geht schon. Ja. Verloren Level, Alter ist das, ja, tot. Das kann jetzt die ganze Zeit so weitergehen, ey. Ja, ganz ruhig. Okay, ich werde jetzt hier auch nicht versuchen, richtig abzugehen oder sowas, ich werde jetzt einfach spielen. Ich habe auch schon aufgegeben und gesagt, ja, ich spiele jetzt so. Ja. So, okay, aber es ist immer noch ein Race. Ja, das stimmt, aber ich selbst gerade nicht ganz so viel Hoffnung. Deshalb würde ich, glaube ich, wegen Lohren Leveln Donkey Kong Race. Bleibt man ganz, ganz cool. Oh mein Gott. Ja, Donkey Kong Race wird immer eine Belegung wert. Oh mein Gott. Halt's Maul bitte jetzt kurz. Nö. Nein! Irbil, Irbil. Ich mach dich aus, du lenkst mich ab. Ne, okay, das ist schon gut. Du musst unterhalten. Ne, okay, das ist schon gut. Ich mach dich nicht aus. Ne, ich, ich, ich könnte, ich könnte auch Concentration gebrauchen, aber... Ne, ich, ich muss mich jetzt echt konzentrieren. Ich habe wieder nur sechs Leben. Ja, ich auch. Weil das Lohren Leveln ist einfach gestört. Was da, ich will wenigstens zum Checkpoint kommen. Das hat sie ihm schon. Mann! Ja, das wäre halt gut. Lohren Level Checkpoint würde mich ficken. In mein E-Soul. Ja, wieder getroffen. Super, jetzt rauche ich wieder. Was rauchst du denn? Ja, okay. Ja, wie gesagt, das ist jetzt halt drei Level vorne. Ähm, zwei. Drei. Tot. Mann, ey! Ich rede nicht mehr mit dir. Pff, danke. Okay. Ich habe keine StarCoin mehr, übrigens. Gar keine. Warum ist das? Es ist das, ich habe alle ausgegeben. Als ob? Ja. Voll übel. Ha, ha. Als ob du gar keine mehr hast. Ja, null. Müll. Ah. Blit. Das war gut. Ich weiß. Lala. Adioschis Island Mokke entspannt, sehr. Wie gesagt, im letzten Part war ich auch, also wir haben ja elf Parts am Stück aufgenommen. Äh, vielleicht lag es auch daran, dass wir einfach, ich weiß ja nicht, ob du geschwächelt hast, aber ich habe auf jeden Fall geschwächelt. Äh, ja. Mal gucken, ob es jetzt besser ist. Ich gehe gleich Game Over, ey. Mann! Was ist das so ein Kacke-Level? Ob du Game Over gehst. Ja, wenn das so weitergeht. Ja, okay. Ich brauche jetzt echt Concentration, bitte. Das ist noch schlimmer. Ja, wir müssen aber auch was sagen. Das ist das schlimmste Level überhaupt. Du laberst Kacke. Doch. Als ob das so schlimm ist. Ja, ich bin tot. Fick mein Leben. Diese Stelle fickt mich schon die ganze Zeit in dem Spielen. Die ganze Zeit. Wirklich die ganze Zeit. Oh, Alter. Das gibt es echt nicht mehr. Ich finde das auch nicht mehr feierlich gerade. Hier ist ein Pilz. Hier ist ein Pilz. Hier so weit war ich noch gar nicht. Hallo? What the fuck? Tot. Es gibt keinen Checkpoint? Hä? Doch, bestimmt gibt es einen Checkpoint. Ich war da jetzt aber nicht. Ich habe irgendeinen Bonusweg genommen. Keine Ahnung. Da war kein Checkpoint. Super. Oh mein Gott. Das war gerade unfassbar. Ja, dann geh nicht den Bonusweg. Das ist ja auch dem Weg. Denkst du das war gewollt? Das stand Abspringen. Hab ich gemacht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, Parham du Toy. Genau das habe ich mir jetzt auch gedacht. Ah ja, diese Stelle hat mich die ganze Zeit im letzten Part gefickt. Genau diese Stelle hier. Das war ein Bug. Ich bin da durchgeglitscht. Durch den ersten Block bin ich durchgefallen. Absoluter Betrug. Ja, das war doch noch gestern ein anderes Level. Hä, was? Was? Laberst du? Jetzt echt oder was? Oh, bitte! 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 Was, Junge, was ist los bei dir? Nein! Nein, da war das Ziel! Nein! Und laberst. Anscheinend hat das Level doch keinen Checkpoint. Hä, da war doch gestern... Habe ich geträumt? Du laberst so eine Scheiße, oder? Du laberst so eine Scheiße, oder? Doch, ich bin... Nein, ich bin mir so sicher, das hat ein Checkpoint gehabt. Oh, fuck mein Gott. Oder war das ein... Gab es drei Level? Gab es drei Loren Level? Mann, Alter! Ah, ich schaff's wieder nicht. Dieses eine Level ist es die ganze Zeit schon gewesen. Nein, ich weiß, da war so ein anderes Level. Das war kein Loren Level, aber das hat so eh nicht funktioniert. Da musste man an der Wand fahren und so. Oder? Gab es sowas? Ja, wir haben einmal ein Loren Level gespielt. Dann habe ich das wohl im Kopf. Oder im Traum. Keine Ahnung. Mit Lava geträumt. Aber das Level hat keinen Checkpoint. Das ist ja mega gestört. Oh ja. Nicht nur, weil es keinen Checkpoint hat, sondern einfach an sich. Mega krankes... Es ist das schwierigste Level. Alter! Jetzt kacke ich die ganze Zeit. Ja, rest in peace. Tschüss. Haha, peace. Was soll denn so eine Kacke? Da könnte ich kotzen. Dieses Level ist Uhrensohn. Ja, ich bin hier immer gestorben. Ne, es hat keinen Checkpoint. Als ob. Jetzt schaffst du es wieder easy, ja. Nice. Ja, dieses Level wirklich. Halt's Maul bitte. Ich hasse es einfach. Es ist so scheiße, dieses Level. Halt's Maul, Mann! Nein, ich muss doch selber was sagen müssen. Können dürfen. Das aber nicht. Doch. Doch, 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 doch. Hä? Hä? Wo bin ich? Ja, ich hab's geschafft! Nein. Oh mein Gott. Ich hab's geschafft! What the fuck. Ey, das Level ist echt übel. Gegen Ende hin geht's sogar, aber der Anfang ist echt nicht sick. So, letztes Level, Leute. Ja. Aller letztes Level. Acht rotes grünes Ficker Castle. Ja, nice, Alter. Mit Bowser Panzer oben drauf. Gibt's auch irgendwie ein krasses Intro? Ich mein, bei dem Spiel. Bowser's Castle. Bitte nicht. Oh, ich seh schon Knochen trocken. Ich seh schon Statuen, die hüpfen können. Als ob! Ich will die Musik lauschen. Finde ich cool. Ja, lausch mal. Ah ne, die standen da nur so oben drauf, oder? Können die hüpfen? Keine Ahnung. Ah, jetzt hab ich hier wieder echt Zeit verschwendet. Ja, nice. So, jetzt bin ich echt gespannt, was kommt. Was sollen diese roten Todesblöcke? Ach so, wenn man sich da... Das ist doch aus New Super Mario Bros. 3. Äh, aus Super Mario Bros. 3. Wenn man sich auf die Todesblöcke stellt, fangen die Statuen an zu schießen. Okay. Ey, aber wie soll ich denn da jetzt vorbei? Einmal drauf, oder was? Ah ja, okay. Ey, das Level ist ja mega... What the fuck? Mega geil, aber mega schwierig. Auch in den Bereich darf man... Es gibt immer so Bereiche, die man nicht... Diesen Bereich darf man wohl nicht... Ja, betreten. Sonst ist man tot. Oder man wird halt beschossen, ist fuck. Ja, okay. Von den Statuen. Krass. War aber in New Super Mario Bros. 3 auch so. Finde ich aber... Ja, das war der... What? Alter, ich seh grad, das Level ist lang. Jesus. Ja. Ich war eigentlich relativ weit, aber ich hatte nur so ein Viertel irgendwie hinter mir auf der Karte. Oh lol, bist du gestorben, oder was? Ja. Oh, sehr gut. Am Ende kommt so hin, ich hab dich verächtet, ich bin gar nicht Game Over gegangen. Ja, dann hätte ich das schon lange gesagt, du. Dann hätte ich das schon lange gesagt. Ich bin jetzt fertig. Schon seit drei Parts. Was? Ich bin jetzt aber vor dem Lohren Level wieder, ne? Oh fuck. Oh fuck, wenn du das jetzt schaffst. Bitte. Bitte. Du Hurensohn. Geh da raus. Ja! Ich bin jetzt bei diesem Lava Level, wo ich sau gefailt habe. Bitte. Was? Ich dachte, du bist bei dem Lohren Level. Na, ein Level davor. Ach so. Das war dieses sauschwere Level. Oh ja, das war echt nicht einfach. Jetzt hab ich für 20 Münzen hier das da jetzt. Ja, okay. Oh, dass es auch diese 10er Münzen gibt. Alter, ist das krass, das Level. Das ist echt übel. Ja, genau. Ja! Das ist echt, das ist gestört. Das ist gestört, das Level. Das ist echt so krank. Ja, es ist in Ordnung, aber es ist schon hart. Oh, bitte nicht. Verarsch mich jetzt, bitte nicht. Verarsch mich einfach nicht. Was? Genau, das wird unter Strom gesetzt. Was? Oh mein Gott, ich bin beim Lohren Level. Alles klar. Junge, wie hol ich auf? Fuck. Ich bin beim Lohren Level. Ey, hier wird alles unter Strom gesetzt. Ich bin gleich tot. Ich bin tot. Nein! Yes! Warte, ist das Lohren Level so schwer? Halt's Maul! Ist das schwer? Ja, war es meiner Meinung nach. Oh mein Gott, ich hab... Oh nein. Ja, war Lohren Level. Kein Checkpoint. Super. Aber eigentlich kann ich solche Level. Sehr gut. Sehr gut. Alter, jetzt wird's hier echt nochmal spannend, oder was? Ich bin im Lohren Level, los geht's! Ich muss mich jetzt konzentrieren. Ich auch. Dass ich das jetzt einfach schaffe. Drei Leben. Das heißt, ich kann's mir auch nicht leisten, zu einem Abhaus zu gehen. Ach du Scheiße. Die da im Arsch hängt. Oh mein Gott. Ja, schon tot. Schon tot. Ach du Scheiße. Was zum Geier! Ja, das ist ü... Die... Das... Das Schloss ist aber auch behindert! Wie übel ist das Level denn? What the fuck? Das geht die ganze Zeit so. Ne, ne? Super, ich muss gleich zu einem Abhaus. Ey, und der holt auf, der Typ. Ich hab's doch... Ich hab's doch gesagt. Ja, ich... Ich war einfach ruhig. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich hab die Level alle fast im First-Try geschafft. Nur dieses eine. Da war ich ein bisschen am Hängen wieder. Okay, los geht's, Lore. Komm, komm, komm! Das gibt's nicht. Ich glaub, der verarscht mich. Ich glaub, der ist gar nicht mehr so im Nacken. Keine Ahnung. Wieso sollte ich dich jetzt verunsichern? Das macht keinen Sinn. Ey, ich schaff diesen scheiß Sprung einfach nicht! Ich fall direkt in die Lava! Ah, okay. Okay. Ja, jetzt muss ich zum Abhaus. Ganz... Was? Zum Geier! Ich fahr auch an der Wand, okay. Ja! Ja! Ich wurde getroffen, aber hier ist ein Pilz. Oha! Okay. Wenn du mir jetzt sofort den Bowser gibst, hasse ich dich. Oh! Nein, ich wurde getroffen. Ich wurde getroffen. Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, oder? Nein, ich hab's noch geschafft, okay? Diese Lava geht so voll schnell hoch. WTF? Oh, da bist der... Du bist schon da? Ja! Oh fuck. Das wird nochmal Spaß. Nein! Drei Leben. Oh, immerhin. Immerhin. Bist du jetzt beim Abhaus? Ja, ich hab drei Leben bekommen. Ich glaube, ich war ganz am Ende. Da war so eine Piranha und da musste man schnell abspringen. Habe ich nicht schnell genug geschafft. Ja, da gibt's mehrere Piranhas. Okay. Ja, dann bin ich wahrscheinlich noch nicht so weit gekommen. Aber du bist schon weiter... Ach fuck! Und das war im Second Try. Ich war ganz knapp vorm Ziel. Jetzt schafft er das noch. Ey, ich glaub's echt nicht. Nein, 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 nein. Ich schaff's nicht, auf keinen Fall. Das wär absolut krass. Ja, ich schaff... Beim Schloss fall ich immer so an einer Stelle immer runter. Das ist gar nicht so schwierig. Aber irgendwie krieg ich das gar nicht hin. Ah, das war zu... zu... zu wenig, ja. Jetzt bin ich tot. Komm, bitte, bitte mach einfach. Hammerbro sofort verloren. Danke. Dass ich den Hammerbro sofort verliere. Oh, ich hab schlecht abgesprungen. Bitte, jetzt mach nicht Tick-Tick, sondern mach einfach. Oh, fuck. Hä? Ich komm da gar nicht hoch. Bist du wieder tot? Nein, aber ich komm da einfach gar nicht hoch an der Stelle. Jetzt. Alter, aber das ist übel gestört. Ja, wieder klein. Ey, das Schloss ist übel gestört. Oh Gott. Okay, die Hammerbros... Bitte... Bitte Pilz, bitte. Nein, warum denn nicht? Boah. Boah, haut das Loren-Level rein. Aber das ist geil. Ja, hier lass ich mich halt einfach treffen. Okay, ich bin jetzt bei der zweiten Ebene, wo diese Lava kommt. Wo ich so von Seite zu Seite springen muss. Zack! Ah, fuck, ein Leben wieder verloren. Okay, jetzt bin ich bei der letzten Ebene, oder was? Alter, das Schloss ist so gestört. Okay. Alter! Okay?! Nein, oder? Alter, das war mega knapp, dieser Sprung. Warte, was ist das jetzt hier? Super. Ich hab's geschafft! Nein. Doch! Jetzt sind wir... Ja, gleich weit. Was?! Wie hab ich das denn gemacht jetzt? Nice! Bowser Castle. Wie kannst du mich das denn jetzt wieder treffen, ey? Yes! Bitte Checkpoints! Ich bin bei der Hälfte. Okay, Bowser Schloss. Los geht's. Warum ist das da unten so heiß? Fällt das irgendwie guter, oder? Bowsas Castle heißt das nur? Okay, kreativ. Okay, los geht's. Was ist das hier? Ach so. Das meintest du damit, okay. Ja, okay. Hier muss ich jetzt warten. Okay, hier muss ich jetzt warten. Okay, hier muss ich jetzt warten. Oh, hier ist ein Pilz. Gott sei Dank. Aber das mit dem Metall ist mega gestört. Mega gestört! Alter, willst du mich verarschen? Hä?! Wie soll das denn gehen?! Kein Checkpoint. Das Scheißlevel hat einfach keinen Checkpoint. Das Scheißlevel hat einfach keinen Checkpoint. Wie soll die Stelle da... Ich glaube, ich muss da mit einem Wandsprung arbeiten. Anders kann ich mir das nicht erklären. Was zum Geier! Und dann muss ich sich da ja treffen lassen. Boah, wie schwer! Ja. Aber der will. Okay, ich weiß jetzt nicht, wo ich bin. Ich geh grad mit so einem Aufzug nach oben und da sind diese ganzen Totenköpfe. Ah ja. Geh mal in die Totenköpfe rein. Nein. Ah, jetzt kommt, jetzt kommt solche Elektro-Kacke. Okay. Alter, ich hab's zum ersten Mal geschafft, diesen Kacksprung ohne getroffen zu werden. Jetzt bin ich hier mit einem Pilz. Das war ich noch nie. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Okay. Nee. Alter, ich zitter so hart! Ich auch, Alter! Mann! Jetzt bin ich auch beim Aufzug. Bitte. Danach, was danach kommt, ist krank. Mit dem Elektro. Ich schaff das ganz gut. Mit dem Elektro. Ja, ich schaff das ganz gut bis jetzt. Als ob der da, als ob der jetzt das gewinnt! Warte, ich bin in die Röhre gekommen? Was für ne Röhre? Hier ist ne Röhre, jetzt kommt Lava. Du bist weiter als ich, ne? Aber hier hab ich immerhin ne Blume jetzt. Hier hatte ich noch nie ne Blume. Ja, ich glaube aber hier. Weil der Lava ist RIP. Jetzt hat mich jetzt ernsthaft dieser Wichser getroffen. Alter. Oh mein Gott, oh mein Gott. Was zum Geier? Bist du tot? Nein. Warum, warum nun, warum nur, warum nur? Ja, super. Seid ihr behindert? Nein, ich bin tot! Oh, kein Checkpoint, oder? Nein. Okay, das hier ist mit Abstand das gestörteste I've ever seen. Ach, man kann einfach drüberspringen. Ich bin bei der Röhre. Ja. Mit Pilz. Ja. Ja. Ach, du Kacke. Rest in Peace. Diese Lava. Ja, ich seh's. Ja, RIP. Was willst du denn hier machen? Ja, ich bin da abgekratzt. Okay. Alter. Ha. Ist das gestört. Ja, leck mich. Oh, geschafft! Alter. Ja. Ja. Ich bin Schramota blöd. Oh nein, nein, nein. Hoch, hoch, hoch. Yes. Yes. Das ist nicht... Das ist jetzt nicht wahr. Seid ihr behindert? Das ist ja aus ihr Lost Levels ne Stelle ungefähr. Oh, ich bin durch! Da muss man so durch irgendwo in so einer engen Stelle, wo die Lava da einen erwischen kann. Ich bin durchgekommen. Irgendwie. Oh mein Gott, ich komme so gut durch. Oh nein. Ach du Sch... Ach du Schande! Ja, tot! Was soll ich denn machen? Als ob du tot bist. Nein, bin ich nicht. Aber gleich. Wenn das so weiter geht. Oh mein Gott, ich bin auch durch. Ich bin durch. Ich bin gleich beim Final Boss. Ich bin gleich beim Final Boss. Ey, das ist cool, dass die Koopas da zu Knochen trocken werden. Bin so verpuffen. Oh nein. Oh nein. Hier ist ne Röhre, ne rote. Bitte. Lass mich da einfach durch. Ja, wie denn? Nein, hier ist... Hier ist tot. Nein! 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 Kein Checkpoint. Ach, ich hasse das. Wirst du jetzt gestorben? Ja. Kein Checkpoint. Nichts. Wozu auch? Ey, ich war so weit. Da war der Final Boss. Da war die Röhre zum Final Boss. Und dann so ne Kacke. Das war ein Blind Jump. Woher soll ich das denn wissen? Wenn ich jetzt deswegen das Race verliere, ne? Weil ich diesen Jump dann nicht geschafft habe. Dann hasse ich euch alle. Ich bin tot. Ich bin tot. Wetten nach dem Boss kam so ein Checkpoint oder so. Nach dieser Boss Tür oder nach dieser Boss Röhre oder alles. Oh ja, ich schaff's nicht. Ich schaff's auch nicht. Ist das sau schwer. Das Castle ist üb. Aber wie spannend ist das Race, Junge? Ich würde auch sagen, ist egal wie lange der Part jetzt wird. Wir machen das einfach. Ne, wir machen das jetzt. Ja, natürlich. Ja, weil es lohnt sich ja nicht mehr zu sagen aus dem Level raus. Ja, ne. Eben. Wo bist du jetzt? Beim Fahrstuhl. Und du? Ich gleich. Ja, du behinderter Knochen trocken, ne? Das ist so schwierig den Fahrstuhl mit Pilz zu schaffen, weil du halt größer bist. Ja, jetzt kommt Lava noch. Okay. Die Typen kann man auch nicht killen mit einer Blume. Aber wenn ich mit einer Blume hier bin, ist das vielleicht nicht so schlecht. Ja, okay. Ich bin jetzt auch beim Fahrstuhl. Weißt du was? Ich hasse dich, du behinderter Wichser, Alter. Wie konnte ich das noch aufholen, Alter? Ich werde da immer getroffen. Wie gut ich diese Level geschafft habe. Krass. Warte, wo, 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 was kommt denn jetzt? Ach, das. Ja, das geht klar. Das ist sau einfach. Ja, was heißt sau einfach? Warum? Warum denn? Tot. Ich wusste gar nicht, was das passiert ist. Ich sterbe auch, ich sterbe auch, ich sterbe auch. Fichtig. Ja, tot. Ich darf noch drei Leben. Und du? 24. Oh. Na, wenn es mir jetzt daran scheitert, hier irgendwelche Ups, ne? Ja, ich schaff's aber auf gar keinen Fall. Es hat geleckt. Gleich auf. Okay, bei mir nicht. Okay. Ich bin jetzt bei der Lava. Die ist sau schwer. Diese eine Stelle ist asozial. Es fuck. Und ich bin tot. Oh, na. Ich war hier noch nie mit ner Blume, Alter. Aber wisst ihr was? Ich hole mir jetzt Power-Ups gerade mal. Habe ich auch schon überlegt zum Tooth-Haus. Ja. Da gehe ich jetzt hin. Tatsächlich werden Mini-Pilz ziemlich geil. Ah, glaube ich nicht beim Fahrstuhl. Ah, wobei doch, du bist ja kleiner, musst du gar nicht springen. Ja. Ist mir egal. Okay, ich habe jetzt doppel Blume. Ja, okay, hast du das locker geschafft. Nee. Weil wenn ich in die Lava da gleich falle. Ja, stimmt. Das stimmt. Äh, bringt mir ne Blume auch nix mehr. Ja, das stimmt. Damn. Boah, dieser Feuer-Bro, ne. Der ist so kacke. Aber im dritten Versuch habe ich dieses Loren-Level geschafft. Das ist krass. Ja. Im ersten Trip bin ich fast schon zum Ziel gekommen. Das war ein bisschen gestört. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie ich das gemacht habe. Ja. Warte, hier noch einfach drüber, ne. Yes. Oh, jetzt kommt die Lava-Kacke. Jetzt kommt die Lava-Kacke. Ja, einmal und dann tot und alles wieder von vorne, ne. So kleiner Huber, Alter. Fick mich. Ja, okay. Alter, ist das gestört. Was? Ey, der Controller, der fliegt gleich auseinander. Einfach, weil ich so zittere. Und den auseinander gerät. Ja, ich zittere auch, Junge. Ich bin total aufgeregt. Ja, durch. Boah, hier gibt's nochmal massig Kohle. Okay. Ich setz die Blume nicht unten ein, weil, ja, Lava. Okay. Diese eine Stelle, wo man da so ganz schnell durchhuschen muss. Okay, okay. Ich bin gleich wieder da, wo ich vorher war. Oh mein Gott. Ja. In die Röhre, in die Röhre. Yes. Yes. Hier ist das Ende. Okay. Hier ist ein Checkpoint. Ich bin vor dem Checkpoint gestorben. Willst du mich verarschen? Alter. Ich bin vor dem Bows am Mund rein. Ja, das ist safe, der Bows. Ja, das ist safe, der Bows. Alter, Alter. Ich hab den Checkpoint. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, das ist ein Skiver verloren. Scheiße. Ja, ich bin mir nicht so sicher. Du bist ja genau so weit wie ich. Boah, man kriegt hier zwei Bows. Oh. Boah. Items. Okay. Ja, ich bin wieder bei der Lava. Boah. Was ist jetzt hier? Wer kommt jetzt? Ja, Bowser. Okay, Bowser an der Clown-Kutsche gab's ja im Original nicht. Das ist cool. Oder muss ich jetzt gegen den Kämpfen? Ich muss gegen Bowser und Bowser Junior kämpfen. Oh nice. Okay. Nein. Was ist Bowser Junior so zu bekämpfen? Geht das überhaupt? Okay. Ach, der nimmt gar keinen Schaden dadurch sehe ich gerade. Als ob. Das ist ja voll schlicht. Das gibt es nicht. Was ist das für ein Boss? Ja, jetzt kommen wir erstmal Kugel, Willis. Ja, okay. Herzlichen Glückwunsch. Wieso? Ja, ich bin tot. Alter, war das knapp. Nice, Alter. Ja, aber Bowser behindert ja einen noch as fuck. Ja, der macht aber auch bestimmt kein Damage. Ja, wenn man den berührt schon. Glaube ich mal. Ich will dich berühren. Ich will dich berühren. Ja, das hast du knapp gewonnen. Das war sick. Das soll so eine Super Mario World Scheiße sein. Okay, mit diesen engen Flammen hier. Das ist interessant. Das ist Nostalgie eigentlich sogar. Cool. Ja, die Feuersache hat mich jetzt bloß sehr gefickt. Schade. Alter, ist das knapp. Schade, schade. Ich glaube, wenn man Bowser berührt, dann nimmt man Schaden. Und das will ich halt verhindern. Okay, Bowser Junior ist down. Ja. Was kommt jetzt für eine gestörte Scheiße? Okay, wieder Kugel, Willis. Ja, wow. Chillt mal. Ich brauche ein Item. Ich bin tot sonst gleich. Alter, ich bin gleich tot. Alter. Du hast noch einen Checkpoint. Wind. Trotzdem. Geistesgestört. Geistesgestört. Okay, und jetzt Bowser. Was kannst du machen? Feels bad. Ja, wenn du es jetzt schaffst zu Dingen. Ja, ich hätte die ganze Zeit getroffen. Ich bin total aus dem Konzept. Ja. Alles klar. Was macht der Typ? Jetzt muss man vor ihm flüchten, oder was? Kann ich mir vorstellen. Ah ne, Hammer Bro. Muss ich ihn damit jetzt? Alter, what? Ja, komm Bro. Nimm die Feuerblumen an. Hey, wie soll ich denn? Muss ich Bowser mit irgendwas treffen, oder was? Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ich verkack hier gerade, aber übelst. Ja, super. Hammer Bro, Anzug ist weg. Ich glaube, ich muss einfach vor ihm flüchten. Das mache ich jetzt auch. Oh. 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 Ja. Genau. Schäl halt dein Leben, Junge. Ach, hier ist noch eine Blume. RIP, 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 RIP. Schade. Schalom, groß. Aber du versuchst ja wenigstens noch weiter zu spielen, oder? Ja. Aber ich muss irgendwie sagen, ich finde den Boss irgendwie nicht so krass. Ja. Klingt gut. Also auch von der Idee her. Ja. Ah, ich check, wie ich ihn besiegen muss. Ich check es. Der muss hier runter sich bohren, ne? Klingt schon mal gut. Aber ist auch so. Boah, dich hier runter, Junge. Na, okay. Du bist ja schon am Ende. Was beim Ende? Ja, ich bin, ich bin am Arsch. Ja. Ah. Ätzend. Schade. Sehr, sehr knapp. Aber was heißt, ich bin am Ende? Ich bin immer noch beim Anfang. Nee, bist du nicht. Ja. Ja, tot. Ja, ich höre jetzt auf zu spielen. Warum? Ja. Du bist am Ende. Ich bin am Anfang. Ich habe nicht mehr einen Power-Up. Ich bin tot. Das macht gar keinen Sinn mehr jetzt. Warte, warte. Der kann mich jetzt noch besiegen. Ich bin tot. Nein. Du laberst kacke. Doch, ich bin echt gestorben. Nein. Ich konnte nicht so schnell das Item rausholen. No. Ja, als ob. Du verarschst mich gerade. Nein, ich verarsch dich. Ich. Nein, wirklich. Leute, ihr seht es ja, dass ich ihn nicht verarsche. Ehrenwort. Ich verarsch dich nicht. Okay, ich habe wieder den Checkpoint. Wenigstens. Aber... Wow. Jetzt nochmal alles zu machen. Weil der Endboss dauert halt lange. Der ist nicht cool, aber der dauert. Ja, rip. Ich glaube, das ist Galaxy Musik. Kann das sein? Weiß ich nicht. Also, spiel an deiner Stelle weiter, weil das dauert jetzt wieder ein bisschen. Ja, Bowser hittet echt einen, wenn man ihn berührt. Super. Eben habe ich ihn nicht berührt, deshalb habe ich ihn berührt. Und... Was ist der auf einmal so... Das war doch eben nicht so schwierig. Ach, halt's Maul. Ich mein's ernst. Ich verarsch dich jetzt nicht. Ripp me, please. Lalalala. 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 Junge, was ist mit Bowser los? Die Lava kacke. Die Lava fickt mich die ganze Zeit. Ja! Super, beide Blumen weg. Wegen Bowser. Also Spaß die, Alter. Also bei dem Fahrstuhl habe ich mich noch nicht einmal treffen lassen bis jetzt. Ne, ich auch nicht. Das ist jetzt echt nicht schwer. Wo ist das für ein Endboss, ey? So schwer ist er ja nicht, oder? Tot. Ich drücke A, ich schwöre auf ihr Bill. Hier mittlerweile ist alles schwer, deshalb. Boah, Alter. Ich muss jetzt aber nach Abhäusern suchen, weil... Ich bin behindert. Warum? Ich hatte die Chance auf eine Blume und einen Pilz im Inventar. Mein Gewinn ist ein Pilz. Und damit muss ich jetzt den Endboss machen. Ja, also hast du jetzt ein Abhaus gemacht, oder was? Ne, ne. Muss ich aber gleich, wenn es so weiter geht. Wie viel Leben hast du denn überhaupt? Zwei. Zwei? Ja. Das ist ja gar nichts. Ja, eben. Das ist ja wirklich gar nichts. Also null. Ich glaube, wenn du einmal zum Endboss kommst, und ich habe den ja gerade fast geschafft, aber ich bin so dumm gestorben. Ja, ich schaffe es nicht. Es hat gelegt. Es hat gelegt. Jetzt bin ich tot. Oh Gott. Alles klar, du Hurensohn. Drecksspiel. Richtiges Hurensohn-Spiel. Ich sterbe ja auch die ganze Zeit. Auf einmal war es so ein Slowdown-Kack. Was soll das denn? Nice. Nice, ich war in einer guten Posi. In einer guten Posi? Posi, Junge. Oh, wenigstens Bosi. Ja, genau. Weil der ist auch nicht einfach. Ich bringe mich halt wiederum. Ist gut. Spiel. Okay, warte. Hier wurde ich eben gehittet. Das werde ich jetzt verhindern. Oh, ich hasse mein Leben. Komm mal her. Weil das so überraschend kam. Hallo, Chill. Okay. Bitte. Ich will jetzt einfach Bowser besiegen. Ich checke ihn jetzt wenigstens. Am Anfang habe ich ihn nicht gecheckt. Ich sollte gleich einen Hammer-Brow-Anspuch bekommen. Nein. Ich habe eh nur noch Zeit. Komm, als ob das so schwer ist. Nur noch diese Kacke. Alter. Oh, jetzt wirft er noch Bomben. Nuller Leben gibt es ja nicht, ne? Ne. Kann ich ihn echt nicht hüppen? Ne, kann ich nicht. Dieser Feuer-Bro ist ein richtiger Hurensohn. Alter. Hammer-Bro, hör auf. Wann kriegt man denn hier nur einen gottverdammten Pilz? Okay. Ja, hat er extra so gemacht. Oh, natürlich werde ich in der letzten verfickten Millisekunde getroffen. Na sicher. Na sicher. So, jetzt bin ich wieder meiner Lieblingsstelle im Spiel. Okay. So, ich habe zwei Items, bitte. Das muss jetzt funktionieren. Ja, hat auch funktioniert. Aber eben, eben hat es ja nicht funktioniert, obwohl ich auch hier mit zwei Items sehe. Ja. Ja, aber trotzdem. Okay, jetzt bin ich, jetzt bin ich da. Beim Final, ähm, Ende. Final, Ende? Ja. Alter. Chill mal. Junge, kannst du mal richtig machen? Okay, wo bin ich jetzt? Hier ist vielleicht sogar besser. Ja, hier ist echt besser. Komm, Bowser. Bitte. Warte. Ist vorbei. Jawoll. Ich habe es geschafft. Ja. Ich bin gerade bei Bowser. Warte. Das heißt, ich habe jetzt gewonnen, oder? Ja. Warte. Ne, warte. Hier kommt eine Tür. Ich bin mir nicht sicher, ob das alles war. Hallo. Halt die Fresse. Ja, Peach, Alter. Aber ich sehe Peach Gesicht nicht. Das kann jetzt wieder Carmack Fake sein. Äh, safe nicht. Wenn das, wenn das jetzt nicht alles war. Doch, scheint so. Oder? Ich bin erst sure, wenn Credits kommen. Die hat so gelbe Auge. Ja, ja. Schade, echt. Das war's nicht! Doch, war's. Nein. Oder? Was ist denn jetzt? Hä? What the fuck? Laber doch nicht. Doch, das scheint's gewesen zu sein, aber... Äh. 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 Das ist... Ist das ein Bug? Warum ist denn der so schnell, der Spasti, Alter? Okay, das scheint ein Bug zu sein, aber das scheint wohl gewesen zu sein vom Spiel. Ähm. Und zwar ist jetzt bei mir der untere Screen schwarz und das Ende war so, dass Bowser erneut Peach ins Final Schloss entführt hat. Ja, was heißt das jetzt? Ich glaub das war ein... Ich glaub das war ein Bug. Ja, ne das Schloss ist das gleiche. Ich kann's jetzt nochmal zocken und dann kommt alles wieder gleich. Ja, ich... Keine Credits oder ähnliches, aber damit war's das wohl. Achja, dann... Hab ich mal gewonnen. Ich muss mich kurz freuen. Yes! Yes! Bam! Trotz Rückstand und obwohl du wieder so... Boah, du behinderter Bastard! Hör auf mich die ganze Zeit zurück zu schlagen, du dummer Keck. Ja, irgendwie sehe ich die Welt nicht mehr, die ich anklicken kann. Okay, aber ne, das scheint das Finale gewesen zu sein. Da ist jetzt ein blauer Punkt bei dem Level. Zwei Flaggen. Ich hab anscheinend gewonnen. Aber es war ein sehr seltsames Ende. Nice! Ja, ich bin jetzt auch down. Ich war beim Checkpoint grad bei Bowser reingegangen. Das war's! Jawoll, ich hab gewonnen! Oh, war das knapp. Es war echt hart knapp. Also besser als 3D-Land, weil das war erstens ein geiler Hack. Ja. Hab richtig Bock gemacht. Und zweitens... Ja, ähm... Ach, dieser Game Over hat mich echt gefickt jetzt. Ich geh mal zum Titlescreen und zweitens... Ich kann nicht zum Titlescreen. Ja, ich mach's jetzt mal. Ich geh auch zum Titlescreen. What the fuck? Ich kann nicht zum Titlescreen. Kann ich nicht. Oh, nice. Es wurde so ein bisschen angepasst. Find ich cool. Ich schneid einfach mal... Ich start einfach die Rommen neu. Damit wir wenigstens ein schönes Bild haben. Aber es wurde ja gespeichert, deshalb... Ah... 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 What the fuck? Jetzt seh ich jetzt wenigstens wieder was auf dem unteren Screen. Welt 7, ich stecke dir noch den Baseballschläger in den Arsch, wirklich. Ich weiß nicht, was da grad los war, aber ich... Ich hab gewonnen, ja. Ja, ich bin jetzt beim Titlescreen. Ja, da kann ich nicht hin, außer wenn ich das Spiel neu starte. Ja, dann mach das doch. Ja, ja, mach ich jetzt. Ähm... Dann können wir einfach Meinungen zum Spiel sagen und halt... Ja, Leute, damit hab ich gewonnen. Ich geb keine Meinung zum Spiel ab, weil ich nicht alles gespielt habe. Ach komm, wir haben 80% gesehen. Ja... Ja, Leute. Ob das eine Level wir das jetzt gespielt haben oder nicht... Ich kann, denke ich, schon was zu dem Spiel sagen. Ja, dann hau raus. Ja, nee, erstmal Leute, ähm... Ja, ich glaub, ähm... Das war ein knappes... Wirklich knappes Race. Ja, ich war beim Final Boss gerade. Ja. Besser als 3D Land, wo schon drei Parts vorher klar war, wer das gewinnt. Ja. Ja, aber... Das stimmt. Da sieht man's mal, bei einem Blindspiel sind wir echt auf Augenhöhe. Krass. Ja. Ja. Also, ich hab ja jetzt auch nochmal nach diesem Game Over, ne... Ja. Alle Level gespielt, diese Sausschwere, wo ich gefällt hab. Und... Bis auf eins, alles im First Try geschafft. Ja. Also, ja, ich denk... Ich denk schon, dass man was zum Spiel sagen kann, das, was wir gesehen haben. Ja, dann hau doch raus, dann... Darauf warte ich jetzt grad die ganze Zeit. Kannst du dazu echt nix sagen? Gar nix? Ja, weiß nicht. Ja, okay, Leute, der Hack war gut. Ähm... Ja, tschüss. Ne, also, ich fand die Welten, fand ich ziemlich geil. Wir haben... Wir haben jede Welt gesehen. Wir haben Final Boss gesehen. Wir können schon was dazu sagen. Ja, dann mach doch, Junge. Wir haben, ähm... Ja, also, die Weltenideen fand ich ziemlich geil. Ähm... Am kleinsten war, meiner Meinung nach, die Weltraumwelt. Die war am geilsten Welt 6. Mhm. Ähm... Das Grundkonzept von der Overworld wurde nicht geändert. Das hat man gesehen. Aber halt die Texturen. Aber das muss auch gar nicht sein. Also, andere Texturen waren andere Welt-Themes. Ja, ein richtig, richtig geiler Hack. Also, ich empfehle's wirklich jedem. Download-Link wird bei mir immer in der Beschreibung sein. Ich glaub, ich lade den einfach selber auf Mediafire hoch. Keine Ahnung. Also, wenn da ein Download-Link ist, dann ist der von mir selber hochgeladen. Also, dann müsst ihr euch da keine Sorgen machen. Ich versuch das mal. Jo. Oder ich verlinke einfach die Seite vom Newer-Team und, äh, dann ist gut. So. Ja, dann dürfst du auch keinen Stress kriegen. Ich weiß ja nicht. Ja, eben. Ob da irgendwas, äh, ist. Ja, auf jeden Fall ein heftiges Race. Ähm... Ja. Aber der Hack war echt heftig. Also, auch neue Elemente, die es im Original nicht gab. Gegner abgeändert. Ja, find ich gut. Also, das Spiel war besser als das Original. Wollte ich auch grad sagen. Was erfüllt, was es wollte. Weil das heißt ja Newer. Ja. Kannst du noch was zu dem Hack sagen? Ähm... Ja, die Welten fand ich auch ganz cool. Tatsächlich nur... Fand ich's ein bisschen schade, dass es echt keine Custom-Bosse gab. Fand ich... Ja, das... Das ist aufgefallen. Das fand ich, äh, auch blöd. Fand ich auch ein bisschen schade. Ähm... Und relativ häufig wird dieselbe, äh, Custom-Music verwendet. Das wollte ich auch noch sagen. Ja, also sonst eigentlich alles sehr gut umgesetzt. Star-Coins hab ich auch ein paar gesehen. Die waren schon... Joa, nicht so bad. Aber da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Äh... Aber was mir fehlt, was mir fehlt, muss ich sagen, sind die Wüsten-Level. Ich... Ich bin ein Freund von Wüste. Also extrem. Ja, und das hat mir... Nee, juck mich im Scheiß. Ist mir in dem Spiel auf jeden Fall zu kurz gekommen. Definitiv. Dafür hatten wir Weltraum-Level. Ja, also... Ja, ich fand Welt-8 am besten. Ja, auf jeden Fall. Die war richtig heftig. Ja, die anderen... Die, äh... Level... Die Ender-Level, die letzten Level, die waren halt... Geil. Die waren halt auch am besten. Ja, eben. Aber insgesamt war einfach... Ja, Welt-6 war nicht besser. Hm... Ja, okay. Ja, nee, ich fand halt auch alles bis Welt-6 pissleicht. Dann kam Welt-7, die mich auseinandergenommen hat. Nee, pissleicht fand ich das eigentlich nicht. Doch, ich schon. Ich schon. Ich fand's schon wirklich sehr, sehr leicht. Äh... Welt-7... Ich weiß nicht, ob ich einfach ein Problem mit dieser Welt... Ich hab auch ein Problem mit dieser Welt, das ist klar. Aber du kamst ja anscheinend ganz gut durch. Äh... Ja. Boah. Also, ich hab da auf jeden Fall meine Probleme mit. Ich hasse diese Welt. Oh, Mann. Wegen der ist echt einiges passiert. Und das hätte auch nicht passieren dürfen. Aber... Welt-8, äh... War wieder geil. Fand ich auch anfangs bis zum... Monty. Pissleicht. Also war wieder gar keine Herausforderung quasi. Ich fand cool, dass auch wieder Mond und Sonne und so zurückgekommen sind. Aber... Wie gesagt, das war halt relativ leicht. Aber danach, das war wieder richtig geil. Und richtig in die Fresse. Mäßig. So wie Johnny Dixon ungefähr. Ne, äh... Ja. Aber sonst war das ein richtig geiler Hack. So... Ich weiß nicht, bester Hack den ich gespielt habe. Vielleicht. Ich weiß nicht. Ja. Ah, ja. Und, ähm... Der Gewinner darf sich ja auch aussuchen, was das nächste Race sein wird. Ja, ich finde aber, dass das auch... Ja, ja. Aber ich finde auch generell muss man sagen, dass das am besten ein Race ist, was ein bisschen ausgeglichener ist. So. Ja. Also kein Spiel, wo man genau weiß. Und weil halt keiner ein Hack irgendwie raced. Weißt du? Das macht auch keine Meinung. Ja. Das stimmt. Das ist, glaube ich... Machen wir gerade so als einziges, oder? Das ist krass. Also bei dem Spiel zumindest. Ja, das kann sein. Ja. Okay, ähm... Ja, wie gesagt, du musst gucken... Also wir gucken mal nach dem neuen Spiel. Äh... Ja. Muss halt was sein, wo wir beide das können. Also... Wäre vielleicht... Ne, wäre vielleicht jetzt ein bisschen... Ja, nicht lame. Also... Ich würde halt echt gerne sagen, wir racen New Super Mario Bros. 3, aber... Ähm... Na, wie soll ich das denn spielen? Ja, so wie ich. Ja, über einen Dolphin-Emulator mache ich das nicht. Warum? Weil der nicht funktioniert. Ja, okay. Bei mir gerade auch nicht. Muss ich ihn fixen. Ach, das dürfen wir eigentlich alles gar nicht sagen. Ach... Ja, wir gucken mal auf jeden Fall. Wreck hat gewonnen. Sehr, sehr knapp. Und wenn nicht das, dann würde ich sagen, keine Ahnung. New Super Mario Bros. 2, das pisst leicht. Habe ich nicht das Spiel, das habe ich verkauft. Hehehe. 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 Hehehe.